Oh Gott, ich hab's ja in deutsch, anscheinend mach ich's in deutsch, anscheinend mach ich's in deutsch. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Dann stelle ich später noch rum, machen wir eins in deutsch. Ja, willkommen zu diesem Fortunescape, ich hab Fortuner geschrieben. Ah ja, für die Deutschen ist das ja egal anscheinend. Ich hab mir ein bisschen was auf mein Aufnahmegerät umgestellt, also die Ingräben-Grafik schaut bei mir grad ziemlich schwach aus. Aber es sollte ziemlich interessant ausschauen auf mein Aufnahmegerät. Wo wollt ihr hin, Jungs? Wo wollt ihr hin? Markiert's was? Das schaut ja ziemlich groß aus. Hier drüben will er hin. Lighthouse! Ja, das kann ich. Oh boy, da geht's schon ab, da geht's schon ab. Nimm mir die kleine Hütte da unten. Nein, verdammt. Pfff. Boah. Nicht die beste Entscheidung, wie's ausschaut. Mal anschauen, gib mir dieses Ding, gib mir dieses Ding. Mist. Feindliche Drohne ist aktiv. Vorratskiste gefunden, sofort sicher. In getroffen. Feindlicher Soldat in der Nähe. Verstärkung ist unterwegs. Nicht ganz weggemacht. Unter mir. Geht zum Schuss. Ja, ja, das ist ein Problem, dass ich hier beschossen werde. Ich glaube, dass ich keine Muni habe. Oh boy. Das war blöd. Ich bin noch nicht ganz aufgewärmt, hab drei Leute in der Pre-Lobby zwar gekillt, aber verdammt, mein erstes Spiel hier, also bin ich blind drinnen. Ich habe letzte Woche ein bisschen Call of Duty gespielt, aber ich habe so viele Spiele in letzter Zeit gespielt, dass ich mir ein bisschen extrem blind vorkomme. Hier ist dieser Mate. Ich lande unten bei ihm. Ich lande unten bei ihm. Jetzt war gar nichts. Was sieht schlecht aus für uns? Feindliche Drohne ist aktiv. Das Gas nährt sich dir. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Feindliche Drohne ist aktiv. Ja, ja, ja. Ich habe es gehört. Ich bin so viel jumpscared. Ich bin so viel jumpscared. Über mir. Der im Turm da oben verdammt. Mein Team ist ein bisschen weit weg. Okay, versuchen wir es den da oben zu verdrängen. Und runter. Und runter. Und runter. Da gehe ich nicht drauf. Da gehe ich nicht drauf. Da gehe ich nicht drauf. Bin ich es? Nein. Dann probieren wir es. Probieren wir es. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Feindliche Drohne ist aktiv. Wer schlisst uns an? Oh. Scheiße, werde beschossen. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Feindliche Drohne ist aktiv. Ziele ausgeschaltet. Ziele ausgeschaltet. Feindliche Drohne ist aktiv. Puh. 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 Verdammt. Das mich erschreckt, Alter. Mein Leuchtturm jetzt. Das hat mich Gott so tot erschreckt. Söldner haben ein Vorratshelie zum Abladen ihrer Geldreserven angefordert. Wir könnten sie überfallen. Verdammt, nee. Mist gebaut, wieder rauf. Wenn der Volk-Tor-Verbände landet, kriegt der Loot. Nein. Wo wollt ihr hin? Oh boy. Was habe ich? Type and MP40, das reicht mir. Ja. Verdammt. Verdammt. Gute Arbeit, Teammitglied. Alles seine Schuld. Oh boy. Versteck dich. Versteck dich. Das überlebt er nicht. Das überlebt er nicht. Er hat überlebt. Krass. Oh, oh, verdammt. Ach du Kacke. Oh ja, du bist tot. Ja, gute Arbeit. Gute Arbeit, dass du so weggekommen bist. Ich schätze, ich werde bei dir landen. Weil sonst lande ich da unten in der Schussbahn. Wo ist er denn? Verdammt. Wo bin ich denn? Hier ist er. Arschloch. Arschloch. Lauf doch. Das habe ich aufgehoben. Verdammt. Verdammt. Muni. Nein. Ich habe nur ein Pistel und ein Dach. Das war klar. Was ist gerade passiert? Sind wir alle tot? Nein, sind wir nicht. 35 Sekunden. Ja, nicht so ein schlechtes Aufwärmspiel. Ja, das hat einen guten Platz, wenn es ausschaut. Verdammt, sind wir da viele Helikopterer. Oder kommt mir das so vor? Das jumpskiert mich auf jeden Fall, wenn die mich wieder mal überrumpeln und dann auf mir landen wollen. Take the shot. I've got green light. Oh, he doesn't have a smapper. Das Gas ist hier auf den Fersen. Okay. Ich probiere es mal. Ich habe mir gut siehe zumindest. Was ist das? Ich habe ein Scout-Hilfen drauf. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feinde aufpassen. Ich brauche mal Loot, Alter. Ich bin unterwegs. Und ähm. Da, äh. Nehmen wir die UC mit. Die ist gut auf Nahkampf. Wo willst du hin? Machen wir SWAT-Taktiken. Feindlicher Soldat in der Nähe. Wieder Auferstehung nicht länger möglich. Jetzt kommt es drauf an. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Swat-Taktiken mit. Was war der Name? Irgendwas mit Cyprus. Captain Cyprus. Cyprus. Oh. Oh. Feinde im Gebiet. Feindbeschuss. Feindliche Drohne ist aktiv. Wenn unterbeschriffen. Unterbeschut. Kontakt. Oh. Oh. Ja, halt ab. Aufklärung angefordert. Er hätte gedacht, dass da zwei Leute drin sind. Ich hatte mit Captain Cyprus. Der wäre doch leicht gewesen. Kann ich erst, kann ich wieder reinsteigen oder muss er mich wieder beleben? Oh, er ist auf der Flucht. Da kommst du nicht drauf, Alter. Ah, ne. Er muss mich einsteigen lassen. Oh boy. Den Fight wirst du dir gönnen, während die anderen irgendwo auf dich warten. Ja, das war ganz schlau jetzt. Und jetzt schön reinpushen, dass sie dich abschießen können. Boah, warum hat mich das geschreckt? Was war das für eine Taktik, ehrlich jetzt? Ich brauche nicht darauf hoffen, dass ich wieder reingeschickt werde. Ist überhaupt nicht so ein Wiederbelebungspunkt. Oh, schau. Wirklich. Genau dort, wo ich gestorben bin. Warte, es gibt Drogen in diesem Spiel. Okay. Markier mir, wo ich landen soll. Markier mir was. Er ist da drüben. Ja, es war schon egal. Ja, es sind ein Dreier-Team gelaufen. Okay, ich gehe jetzt in Englisch wechseln. Das nächste Mal geht es in Englisch weiter. Hier mal Peace out. Ja, ich habe ziemlich viel mit den Farben verändert. Bis zum nächsten Mal ist es, bis zum nächsten Mal.